Musik Guten Tag meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt an einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Einen Müllstein um ihren Hals und in den Ozean geworfen werden, wo es am tiefsten ist. Das sind starke Worte, die Jesus Christus benutzt hat, und zwar in mehreren Situationen. Nun, was ist damit gemeint? Wie ist diese Warnung zu verstehen? In welchem Zusammenhang wurde sie ausgesprochen? Wir werden uns heute in dieser Predigt mit dieser Frage beschäftigen. Und ich möchte gleich darauf hinweisen, dass wir in der letzten Predigt über Anstoß geben gesprochen haben. Und wir hatten viele Beispiele gesehen, wo Jesus Christus ganz bewusst, provokativ Anstoß gegeben hat. Aber Christus hat nie gesündigt. Wir wissen, dass Christus total ohne Sünde war. Mit anderen Worten, alles das, was er gesagt hat, alles das, was er getan hat, wie er sich verhalten hat in gewissen Situationen, war nicht sündhaft. War Gott wohlgefällig. Und gleichwohl könnte es hier einen Widerspruch geben, wenn man die Stellen anschaut, die wir uns heute anschauen werden. Aber wir wissen, dass die Bibel sich nicht widerspricht. Und von daher müssen wir begreifen, im Hinblick auf das, was wir bereits gelernt haben in der letzten Predigt, wie diese Stellen, die wir heute behandeln werden, zu verstehen sind. Schauen Sie, Christus hat Dinge gesagt, wie wir ja gesehen haben, die dazu geführt haben, dass viele der Jünger sich von ihm verabschiedet haben. Sie haben gesagt, das ist eine harte Rede. Wer kann das begreifen? Wer kann das akzeptieren? Und sie sind dann weggegangen von Jesus Christus. Und Christus wusste dies. Er wollte die Spreu von dem Weizen trennen. Das war seine Motivation. Er hat auch viele Dinge gesagt, wissend, dass er damit die Pharisäer verärgern würde. Und die Jünger kamen zu ihm und sagten, ja, weißt du, dass du die Pharisäer verärgert hast mit dem, was du gesagt hast, dass du etwas gesagt hast, woran die Anstoß nahmen. Und was sagte Christus? Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die wird weggenommen werden, ausgerissen werden, verbrannt werden. Und so gibt es viele Stellen, die dies deutlich machen. Selbst Johannes der Täufer nahm Anstoß an dem, was Christus sagte und lehrte, weil er nicht begriff, was Christus eigentlich wollte. Also diese Stellen, die wir gesehen haben, machen klar und deutlich, dass in keinster Weise eine sündhafte Verhaltensweise vorlag. Und Christus hat auch nicht gesagt, ja, nun, weil derjenige oder diejenige ein schwaches Gewissen haben und daran Anstoß nehmen an dem, was ich sage und tue, will ich es nicht mehr tun. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Und gleichwohl gibt uns Christus Warnungen. Und diese Warnungen werden wir uns heute einmal näher ansehen. Fangen wir mit Lukas Kapitel 17 an. Lukas Kapitel 17 und die Verse 1 und 2. Nun, im Deutschen kommt das nicht so richtig zum Ausdruck hier, weil hier von Verführung gesprochen ist. Im Griechischen steht das Wort Skandalon für Verführung und Skandalizo für zum Bösen Verführen. Und wie wir in der letzten Predigt gesehen haben, sind das die Worte, die auch auf Christus angewendet wurden, wenn gesagt wurde, er würde ein Fels des Ärgernisses sein und auch ein Stein des Anstoßes. Also was hier wörtlich gesagt wird von Christus in dieser Stelle ist, wenn man Anstoß gibt, diesen Kleinen, wenn man ihnen Ärgernis gibt, wenn man einen Stolperstein für sie schafft, dann wäre es besser, man würde mit einem Mühlstein im Ozean versenkt werden, wo es am tiefsten ist. Oder wie andere Stellen auch sagen, es wäre besser für einen solchen Menschen, er wäre nie geboren worden. Was ist damit gemeint? Wie kann das sein im Hinblick auf das, was wir schon von Christus wissen, der hier nun Anstoß gab, aber der ohne Sünde war? Matthäus Kapitel 18. Schauen wir uns erst ein paar weitere Stellen hierzu an. Matthäus Kapitel 18, die Verse 6 und 7. Matthäus Kapitel 18, die Verse 6 und 7. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er säuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Wehe der Welt, der Verführungen wegen. Es müssen ja Verführungen kommen. Doch wehe der Menschen, der zum Bösen verführt. Auch hier wiederum die gleichen Worte im Griechischen. Skandalon für Verführung, Skandalizo für Verführen. Die Authorized Version, die englische King James Bibel, das hatte ich auch in der letzten Predigt erwähnt, die übersetzt hier kontinuierlich mit to offend, mit anderen Worten Anstoß geben. Man verärgert Leute, die sind davon nicht angetan, was gesagt wird. Aber auch hier wiederum das gleiche Wort. Und auch in Matthäus Kapitel 18, die Verse 8 und 9. Fangen wir fort mit dem, was wir gerade gelesen haben in Vers 7. Jetzt sagt er in Vers 8. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Und sie können sich auch in Markus Kapitel 9, die Verse 42 bis 47 nachher anschauen, wo das gleiche gesagt wird. Aber auch hier, aber auch hier, wo es heißt, wenn dich deine Hand oder dein Fuß verführt. Auch hier das griechische Wort Skandalizo. Skandalizo. Aber worum geht es hier? Es geht hier um die Verführung zur Sünde. So wird es auch in der englischen Bibel übersetzt. Wenn dein Auge dich dazu bringt, zu sündigen. Das ist hier der Zusammenhang. Es geht hier um Anstoß geben im Hinblick auf die Sünde. Schauen Sie, Christus hat keinen Anstoß gegeben, sodass andere sündigen könnten. Ganz im Gegenteil. Er hat denen gezeigt, dass sie in Sünde lebten. Das, was sie getan haben, war verkehrt. Und er wollte sie von diesen Traditionen, die er nun bestanden, wegbringen. Er hat ja gesagt, ihr dient mir vergeblich. Ihr dient Gott vergeblich, weil ihr die Gebote Gottes abschafft und sie durch eure Traditionen, eure Überlieferungen ersetzt. Da kann man vieles dazu sagen heute. Man könnte erwähnen, dass die heiligen Festtage Gottes abgeschafft worden sind durch die Menschen und sie wurden durch die heidnischen Festtage wie Sonntag und Weihnachten und Ostern ersetzt. Es gibt da viele weitere Beispiele, die man anführen könnte. Wenn Sie jemandem weismachen wollen, man braucht die heiligen Festtage Gottes nicht mehr zu halten. Man kann stattdessen den Sonntag halten. Den wöchentlichen Sabbat braucht man nicht mehr halten. Und man kann stattdessen die heiligen Festtage der Menschen halten. Also wie gesagt, Weihnachten und Ostern und so weiter und so fort. Dann verführen Sie solche Menschen zur Sünde. Wenn sie dann Ihnen und Ihren Vorbildern folgen. Und dann wäre es, wie es hier heißt, besser ein Mühlstein würde um Ihren Hals geschlungen werden und Sie würden in das Meer versenkt werden, wo es am tiefsten ist. Es geht hier klar und deutlich um Sünde. Es geht darum, dass wenn die Hand, wenn der Fuß, wenn das Auge und selbst dazu verführt zu sündigen, was müssen wir dann tun? Müssen wir, wie es wirklich einige ursprüngliche alte katholische Kirchenväter getan haben, buchstäblich die Hand abhacken oder sich sterilisieren lassen? Natürlich nicht. Es geht hier um eine figurative Aussage. Er sagt, benutzt eure Glieder nicht dazu, zu sündigen, sondern benutzt eure Glieder, ob das jetzt Hand ist, Fuß ist, Auge ist, als Glieder der Gerechtigkeit. Darum geht es hier. Aber schauen Sie, der Zusammenhang. Er sprach ja gerade davon, wie er einem dieser Kleinen, die an den Glauben Anstoß gibt. Und dann spricht er davon, dass unsere eigenen Glieder uns Anstoß geben. Das gleiche System hier, die gleiche Aussage. Das soll man aufhören zu tun. Das ist das, worum es geht. Man soll es eben nicht so weiter tun. Auch hier wiederum. Es geht um Anstoß geben. Es geht um den Stolperstein. Es geht darum, dass man stolpert. Aber hier gesagt, hier geht es um die Sünde. Christus hat nie gesündigt. Das ist der Unterschied. Obwohl das griechische Wort das gleiche ist, muss man den Zusammenhang sehen. Und wir finden auch eine weitere Stelle in Matthäus Kapitel 5. Die Verse 27 bis 30. Es geht hier um das Ehebrechen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wenn eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und jetzt fährt er fort, die gleiche Aussage zu treffen, die wir gerade gelesen haben. In Vers 29 heißt es, und wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Hölle, das griechische Wort hier, ist Gehenna. Es geht um das Höllenfeuer, aber diesen feurigen Pfuhl, den Feuersee, der im Buch der Offenbarung zum Beispiel beschrieben wird. Es geht nicht darum, dass man jetzt für alle Zeit und Ewigkeiten einer Hölle gefoltert, wird. Es geht darum, dass diejenigen, die die unvergebbare Sünde begehen, mit anderen Worten, die sich weigern zu bereuen, die sich weigern, Gottes Weg zu gehen, die eine Hasshaltung entwickeln gegenüber Gott und seinen Weg, die werden letztendlich in dem feurigen Pfuhl, diesem Gehennafeuer, verbrannt werden. Ihre Existenz wird ausgelöscht werden. Das heißt in der Bibel, es wird so sein, als hätte es sie nie gegeben. Sie werden Asche sein unter den Füßen der Gerechten. Und alle diese Stellen zeigen uns, sie werden verbrannt werden, wie die Spreu verbrannt wird, mit einem Feuerofen verbrannt. Es geht nicht darum, dass die jetzt ewig weiterleben und hier insoweit dann ewige Folterqualen erleiden müssen. Aber es geht darum, die Warnung ist da, wenn man aufhört, Gottes Weg zu gehen, wenn man wiederum beginnt, nachdem man die Wahrheit bereits erkannt hatte, sich dem falschen Lebensweg zu unterwerfen und dann natürlich Hassgefühle entwickelt gegenüber Gott und seinen Weg, dann kann es dazu kommen. Das ist die Warnung, die uns hier Christus gibt. Aber auch hier wiederum, wo das Wort verführt gebraucht wird, im Griechischen das Wort skandalizo. In den Worten, man bringt es dazu, dass einer stolpert, dass einer Anstoß nimmt, dass einer sündigt. Es geht hier um das Anstoß nehmen hin zur Sünde. Auch in Matthäus Kapitel 5, Vers 27 bis 30, wie wir gerade gelesen haben, es geht hier um den Ehebruch. Nun, es ist wichtig zu begreifen, was hier gesagt wird. Einige, die haben da total falsche Vorstellungen. Die sagen, okay, es heißt ja hier, wenn ich zum Beispiel als verheirateter Mann eine Frau ansehe, dann habe ich bereits schon Ehebruch begangen in meinem Herzen. Oder sagen wir einmal, ein unverheirateter Mann schaut eine verheiratete Frau an. Und wenn es zwei verheiratete Menschen sind, oh, dann habe ich Unzucht begangen in meinem Herzen. Ein ganz besonders wichtiger Zusatz wird da übersehen. Es heißt ja hier, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren. Sie zu begehren. Der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Die meisten lassen das einfach aus, sie zu begehren. Sagen, ja, wenn ich also eine Frau ansehe, dann habe ich bereits schon Ehebruch begangen in meinem Herzen. Der ehemalige amerikanische Präsident Jimmy Carter, der hat einmal angeblich gesagt, ich begehe Ehebruch in meinem Herzen und ich weiß nicht wie oft am Tag. Zehnmal, zwanzigmal am Tag. Nun, ich glaube nicht, dass das der Wahrheit entspricht. Ich glaube, da lag ein ganz bestimmtes Missverständnis vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zehn, zwanzigmal am Tag eine andere Frau ansieht, um sie zu begehren. Mit anderen Worten, den Wunsch zu haben, diesen Drang zu haben, mit ihr Ehebruch zu begehen, mit ihr zu schlafen, um es plastisch zu sagen. Das ist das, worum es hier geht. Christus sagt, wenn das in eurem Herzen bereits vorliegt, wenn ihr schon diesen Wunsch habt, diesen Drang habt, mit dieser Frau, sagen wir einmal, zu schlafen, Ehebruch zu begehen, ja, dann habt ihr bereits in eurem Herzen Ehebruch begangen. Denn wenn die Situation sich ergeben würde, würdet ihr es dann ja auch tun. Deswegen sagt uns auch das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren. Die Frau deines Nächsten. Es geht nicht darum, dass man sich keine Frau ansehen kann, wenn die an einem vorübergeht oder was immer, und sich denkt, oh, das ist aber eine schöne Frau. Das Gleiche gilt für einen Mann, der an einer Frau vorübergeht, vorübergehen mag. Darum geht es nicht. Ich meine, einige, die haben sich da in gewisse Dinge hinein verstiegen und die haben gesagt, ich kann keine Frau ansehen. Denn wenn ich eine Frau ansehe, dann begehe ich bereits schon Ehebruch meinem Herzen. Ja, wenn sie natürlich dann diesen Drang haben, mit der schlafen zu wollen, dann ja. Aber das bloße Ansehen ist mit Sicherheit hier nicht angesprochen. Es geht um die richtige Balance, die richtige Ausgeglichenheit. Ich möchte Ihnen mal eine Geschichte erzählen hier. Ich kann mich noch daran erinnern. Damals war ich im Gymnasium, vielleicht 16, 17 Jahre alt, weiß nicht mehr genau, wie alt. Aber es gab da einen interessanten Kunstlehrer von uns. Naja, da war ein Unikum. Ist vor vielen Jahren auch dann gestorben. Aber der lebte so für seine Kunst. Das war das, was er also so gerne tat. Er sagte auch, er sitzt dann zu Hause manchmal am Abend mit einem schönen Glas Wein und liest sich ein schönes Buch durch. Was mit keiner Silbe verkehrt ist. Heute hat man die Kunst des Lesens mehr oder weniger vergessen. Und man sitzt dann vor einem Computerspiel oder vielleicht vor einem Fernsehgerät und was immer. Und damals war das anders. Damals hatte man noch diese gewisse Qualitätsvorstellung, die heute in vielen Fällen nicht mehr vorliegt. Deswegen hat man auch aufgegeben zu lesen. Sehr problematisch. Damit ist auch die Sprache verkümmert. Gerade auch die deutsche Sprache. Dann liest man keine Novellen mehr. Dann weiß man nicht mehr überhaupt, wie man richtig sich unterhält. Dann hat man immer solche Flosken, die man dann einfließt und lässt, wo man an sich nichts anderes denken kann. Aber hier diese Persönlichkeit, von der ich hier sprechen möchte, die hat uns mal erzählt, die war im Urlaub. Und auf irgendeiner mehr abgeschiedenen Insel, weiß ich nicht genau, wo das jetzt war, irgendwo in Griechenland, nehme ich mal an. Und dann sagte er, irgendwie ist er dann zu einem Nacktstrand gekommen, ohne das sich vielleicht vorher überlegt zu haben, meinte er. Und da sah er eine junge Dame, die da so in den Felsen herumkletterte, unbekleidet. Und er dachte so bei sich, oh, das ist aber wirklich eine schöne Frau, wie sie Gott erschaffen hat. Mehr nicht, wie er uns das zumindest erklärte. Mehr hat er nicht gedacht. Und dann am Abend, sagte er, war man dann im Hotelzimmer, Speisesaal, und da sah er diese Frau wieder. Und er sagte, was für ein Unterschied. Die saß da, aufgetakelt, mit verschiedenen Schichten von Make-up aufgetragen, total verunstaltet, wie er sagte. Und er sagte dann, es ist interessant, wie manche Menschen ihre natürliche Schönheit dann verschönern wollen und dadurch genau das Gegenteil erreichen. Da ich beim Thema Make-up bin, wie Sie ja vielleicht wissen, gab es in der Kirche Gottes auch eine lange Zeit hindurch die Idee, die Vorstellung, dass man als Frau kein Make-up tragen sollte. Nun, einige haben das wiederum ins Extreme hinein interpretiert, aber es hatte schon etwas damit zu tun, dass ursprünglich natürlich Make-up irgendwie von Prostituierten getragen wurde, um Liebhaber und halt Kunden zu bezirzen. Es gibt ja auch Stellen im Alten Testament, wo eine Frau, eine lose Frau, sagen wir einmal, sich Make-up auftrug, um den kommenden Liebhaber zu verführen. Nun, die Kirche Gottes war nicht die einzige Kirche damals, in den 50er, 60er, 70er Jahren, die das so sah, denn andere, viele kirchliche Organisationen sahen das auch ähnlich. Nun, wir haben natürlich insoweit jetzt eine Klarstellung vorgenommen, dass wir also klar und deutlich sagen, dass es nicht verkehrt ist, Make-up zu tragen, es sei denn, man sieht aus wie ein Circus-Clown, wie zum Beispiel jetzt auch hier diese Frau in diesem Beispiel scheinbar so ausgesehen hat. Nun, jetzt kommt jemand zu Ihnen, sagen wir einmal, der nimmt Anstoß daran, dass Sie Make-up tragen. Würden Sie jetzt deshalb, weil der jetzt ein schwaches Gewissen hat, sagen, okay, dann kann ich jetzt kein Make-up mehr tragen, die gesamte Kirche sollte jetzt wiederum diese Änderung vornehmen und sagen, okay, von jetzt ab wird kein Make-up mehr getragen, weil diese Person daran Anstoß nimmt. Sagen wir einmal, Sie sind in der Kosmetikbranche beschäftigt. Müssen Sie jetzt Ihren Job aufgeben, müssen Sie jetzt was anderes suchen, weil da jemand da ist, der daran Anstoß nimmt. Schauen Sie, das sind so die Fragen, die man sich stellen muss. Diejenigen, die da irgendwie großartig herausposaunen, dass man alles das tun muss, um jemandem keinen Anstoß zu geben, der ein schwaches Gewissen hat, die müssen sich überlegen, was das für ihre eigene Lebenssituation dann bedeuten würde. Es kam jemand zu Herrn Armstrong einmal, eine junge Frau, als damals noch diese Idee war, man solle kein Make-up tragen als Frau. Und diese Frau und Herr Armstrong waren dann im Büro, aber der Assistent von Herrn Armstrong war zugegen. Und als dann die Frau wegging, da sagte Herr Armstrong, uh, das war aber eine gut aussehende Frau. Und darauf sein Assistent, ja, aber Herr Armstrong, sie hat Make-up getragen. Er sagt, wie was, Quatsch, hat doch kein Make-up getragen. Doch, doch, haben Sie das nicht gesehen, sie hat doch Make-up getragen. Aber Herr Armstrong sagt, ja, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch nicht darum, dass man nicht irgendwie etwas tragen kann. Es geht darum, man soll nicht aussehen wie ein Zirkusclown. Schauen Sie, man hat gleich wiederum gewisse Aussagen von ihm ins Extreme hineingeführt. Das nur nebenbei. Es geht hier um den Ehebruch. Ich habe Herrn Jimmy Carter angesprochen, der vielleicht dies ein wenig zu extrem gesehen hat. Ich denke mal, dass das der Fall ist. Er ist ja Baptist. Aber das ist jetzt das Paradoxe. Einige behaupten, er würde der Teufelsanbetung huldigen. Das ist natürlich auch totaler Blödsinn. Sie sagen es vielleicht nicht direkt, aber indirekt. Darauf werde ich noch eingehen. Na, hier ist ein Mann, der sich sogar Sorgen macht dafür und darüber, dass er vielleicht sogar in seinem Sinne, in seinem Herzen Ehebruch begangen hat. Ja, glauben Sie wirklich, der würde sich der bewussten Teufelsanbetung hingeben? Ein totaler Unfug. Aber dieser Unfug rührt daher, weil man nicht versteht, worum es eigentlich geht. Und wie ich sagte, das werden wir noch näher uns anschauen. Es geht darum, wir sollen keinen Anstoß geben, dass andere sündigen. Es geht nicht darum, dass wir anderen ein Gewissen machen sollen. Die tun etwas. Oh, das ist verkehrt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Christus sagt. Denn dann ist derjenige, der eine solche Aussage trifft gegenüber einem unschuldigen Menschen, derjenige, der aller Wahrscheinlichkeit nachsündigt. Es ist derjenige, der dann möglicherweise sich den Mühlstein um seinen Hals schlingen sollte. Denn er verurteilt die Unschuldigen und macht denen ein Gewissen. Denken wir an das Beispiel, wo die Jünger damals Ehren gerauft haben. Die Pharisäer kamen. Boah, das dürfen die nicht tun. Okay. Was wäre jetzt, wenn die Jünger gesagt hätten, oh ja, ich darf das wirklich nicht tun. Tun sie aber trotzdem. Machen es aber so, dass sie jetzt ein schlechtes Gewissen dabei haben. Dann haben die Pharisäer in diesen Menschen ein schlechtes Gewissen erzeugt. Und was sagt Christus? Wenn ihr wissen würdet, was es heißt, was das Wichtigste im Gesetz ist, die Liebe und die Barmherzigkeit und das Recht, dann hättet ihr diese Unschuldigen nicht verurteilt. Christus wendet sich klar und deutlich gegen die Pharisäer, diese selbstgerechten Pharisäer, die alles besser wussten. Und es gibt heute auch Menschen, die sich der pharisäischen Motivation anschließen und alles besser wissen. Und dann meinen, sie müssten ihre Ideen anderen verkaufen und fallen dadurch in schwere Schuld. Schauen wir uns einmal Philipper Kapitel 1 an. Philipper Kapitel 1, denn wussten sie, dass das Anstoßnehmen auf der einen Seite und das Zwietrachtsehen auf der anderen Seite in vielen Dingen Hand in Hand gehen. Und es sind diejenigen, die Zwietracht sehen, die schuldig geworden sind am Leib, am Opfer, Jesu Christi. Philipper Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnissen aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes, in den Worten Gottes des Vaters. Es geht hier um unanstößig sein. Denn hier ist ein anderes Wort, was gebraucht wird im Griechischen, aber die gleiche Bedeutung hat, mit anderen Worten, man führt einen nicht dazu, dass er stolpert, dass er über einen Stolperstein stolpert. Das Wort im Griechischen hier ist aprokospos, aproskopos. Ich sage es noch einmal und buchstabe ich das mal, aproskopos, A-P-R-O-S-K-O-P-O-S. Das kommt auch hin und wieder vor. Hat eigentlich so eine ähnliche Bedeutung wie das griechische Wort Skandalon. Paulus sagt hier Timotheus klar und deutlich, dass er nicht jemanden dazu bringen soll, zu stolpern, mit anderen Worten zu sündigen, gegen Gott zu sündigen. Nicht gegen menschliche Traditionen zu verstoßen, gegen Gott zu sündigen. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes, im Buchstaben und im Geist. Darum geht es. Und wir müssen uns davor hüten, dass wir andere dazu verführen, gegen Gottes Gebote zu sündigen, insoweit Anstoß zu geben, sodass andere über Gottes Gesetz stolpern. Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13, angefangen in Vers 38. Matthäus 13 und Vers 38. Er spricht hier vom Gleichnis des Unkrauts. Er sagt, der Acker ist die Welt, der gute Same, das sind die Kinder. Der Feind des Reiches, das Unkraut, das sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reiche alle Ärgernisse und die, die da Unrecht tun. Und die werden sie in den Feuerofen werfen und da wird sein Heulen und Zähne klappen und da besser Heulen und Zähne knirschen. Dieses Zähne knirschen zeigt den Hass der Menschen gegenüber Gottes Wort. Und dann werden die Gerechten leuchten, wie die Sonne in ihres Vaters Reich und verohren hat der Höhere. Es geht mal hier um Vers 41. Sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die, die Unrecht tun. Alle Ärgernisse im Griechischen wiederum das Wort Skandalon. Alle die, die einen Stolperstein erzeugen für andere, sodass die abweichen von Gottes Weg. Der Zusammenhang hier aber geht um die Ärgernisse anrichten, also die zu einem Stein des Ärgernisses, zu einem Fels des Ärgernisses werden und die Unrecht tun. Das Wort hier, das berühmte Wort ohne Gesetz, Gesetzlosigkeit oder die Übertretung des Gesetzes. Das ist der Zusammenhang. Man begeht Unrecht. Man begeht Gesetzlosigkeit. Man begeht die Übertretung des Gesetzes, wenn man andere dazu bringt, Gottes Gebote zu übertreten. Es gibt eine sehr interessante Stelle in Matthäus Kapitel 16. Ich hatte in der letzten Predigt bereits gesagt, manchmal muss man aufpassen, weil man sich nicht darüber im Klaren ist, wie leicht man andere zur Sünde verführen kann. Vielleicht meint man es gut. Man muss auch daran denken, dass wenn jemand etwas tut, was sein Gewissen verletzt, wenn er etwas tut, was sein Gewissen verletzt, gegen sein Gewissen handelt, das Gewissen muss natürlich im Einklang stehen mit der Bibel, aber dann, zumindest darf es nicht gegen die Bibel lauten, dann würde diese Person sündigen. Wenn sie also jetzt jemandem ein Gewissen machen und sagen, das darfst du nicht tun, wenn du das tust, dann sündigst du. Und er tut es dann vielleicht doch, aber weil er sich vielleicht noch nicht so im Klaren ist, tut er es mit einem schwachen Gewissen. Dann sind sie verantwortlich. Sie sind verantwortlich für die Sünde dieses Menschen. Matthäus 16, Vers 21, ein interessantes Beispiel hier. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten und gestötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott, bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nun nicht. Und er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, gehe weg von mir, Satan. Du bist mehr ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Gehe weg von mir, Satan. Das ist das Gleiche, was er damals dem Satan gesagt hat, als er in der Wüste von ihm verführt wurde, nachdem er 40 Tage, 40 Nächte gefastet hat. Der Satan wollte ihn zur Sünde verführen. Petrus wollte ihn hier unter der Einflussnahme von Satan, ohne dich zu wissen, zur Sünde verführen. Er wollte ihm sagen, okay, tue das nicht. Wenn Christus es nicht getan hätte, wenn er den Willen Gottes nicht erfüllt hätte, hätte er gesündigt. Und deswegen sagte Christus hier, du versuchst mich jetzt. Wenn ich das tun würde, was du mir jetzt sagst, würde ich sündigen. Petrus hat es höchstwahrscheinlich gut gemeint, hat aber in keinster Weise verstanden, worum es eigentlich geht. Ach, hier wiederum, du bist mir ein Ärgernis, im Griechischen das Wort Skandalon. Du bist mir ein Stolperstein. Ich würde über dich stolpern. Ich würde dadurch sündigen. Christus war ein Stolperstein, über den die Leute gestolpert sind, aber nicht, um zu sündigen. Genau das Gegenteil. Aber hier wird das in diesem Zusammenhang gebraucht. Sie, Christus hat niemals gesündigt. Hätte es aber getan, wenn er sich diesem versuchenden Petrus in diesem Zusammenhang, diesen Verlockungen, ergeben hätte. Wiederum zeigt sich hier der Zusammenhang zwischen Ärgernis geben, ein Stolperstein sein und Sünde. Wir antworten, man sündigt gegen das Gebot Gottes. Im Buchstaben oder auch im Geist. Und so möchte ich kurz weitere Stellen anführen, die auf diesen Zusammenhang eingehen. Römer Kapitel 16 und Vers 17. Römer 16 und Vers 17. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, dass ihr auf die achtet, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen die Lehre, die ihr gelernt habt und euch von ihnen abwendet. Schauen Sie, die Jünger haben sich damals von Christus abgewandt, weil er ihnen etwas sagte, was sie nicht verstanden. Hier sagt Paulus, aber ihr müsst euch abwenden, was die Jünger getan hatten, war natürlich verkehrt, aber ihr müsst euch abwenden von denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Auch hier wiederum, Ärgernis, das griechische Wort, Skandalon, die Anstoß geben entgegen der Lehre, die also sich einschleichen in die Kirche, um andere zu verwirren. Was sagt Paulus? Verwirrt die Gewissen nicht, aber hier diese Menschen, die tun das. Die wollen ihre eigenen Ideen weitergeben. Das sind so viele Ideen. Es gibt da Leute, die sagen zum Beispiel, man darf am Sabbat kein Feuer anzünden. Die verstehen diese Stelle im Alten Testament natürlich verkehrt und die das auf den Fahrstuhl übertragen und sagen, man darf am Sabbat den Fahrstuhl nicht benutzen oder man darf kein Licht anmachen oder man darf sich die Betten nicht machen und so weiter und so fort. Und die kommen jetzt, sagen wir einmal, oder man muss jetzt Fransen tragen oder so ein Bräutelchen um seinen Hals, wo ein Stück von der Tora drin ist und so weiter und so fort. Und wenn die jetzt kommen und sagen, so muss man das jetzt aber tun, dann geben die Anstoß, dann geben die Zwietracht, dann geben die Ärgernis. Wir sagen in unseren Glaubensbekenntnissen und Verwaltungsvorschriften, dass uns Gäste willkommen sind, die sich mit uns im Frieden versammeln, aber nicht jene, die kommen, um Zwietracht und Ärgernis zu sehen. Paulus sagt, wendet euch von denen ab oder lasst die nicht mehr rein zu euch in eurer Versammlung. Das ist das, was die Bibel sagt. Ganz klar und ganz deutlich. Und es ist gegen das, was ihr gelernt habt. Die Doktrinen der Kirche Gottes sind klar. Sie werden klar und deutlich beschrieben. Jeder kann das nachprüfen. Und sie sind geschrieben anhand dessen, was die Bibel lehrt. Wenn jetzt jemand kommt und meint, er müsste da Änderungen vornehmen und anderen Leuten insoweit etwas anderes lehren, dann wendet er sich genau gegen das, was hier gesagt wird. Dann ist er des Zwietrachtschaffens schuldig geworden. Paulus sagt, wenn ihr in irgendeiner Form anders denkt, denkt daran, die Kirche ist Fundament und Säule der Wahrheit. Aber wenn ihr in irgendeiner Form anders denkt, so betet doch zu Gott und er wird euch auch diese Dinge dann klar machen mit der Zeit. Aber meint nicht, nicht ihr wisst es besser und seid dann schuldig geworden der Sünde einer sehr, sehr schlimmen Sünde, der Zwietracht, denn das ist etwas, was Gott hasst. Er sagt, es sind sechs Dinge, die er hasst, sieben Dinge sind ein Gräuel für ihn und ein Ding, das er hasst, ist, dass man Zwietracht schafft unter den Geschwistern. Also wie gesagt, aufpassen, dass man insoweit nicht schuldig wird, denn dann sind sie in der Tat jemand, um den ein Müllstein geschlungen werden sollte, um ihren Hals und sie ins Meer versendet und dorthin geschickt werden sollte, wo es am tiefsten ist. Schauen wir uns einmal 2. Korinther Kapitel 6 an und Vers 3. 2. Korinther 6 und Vers 3. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde. Hier ist das griechische Wort für Anstoß das Wort proskope, wenn wir an Worten einen Stolperstein erzeugen. Interessant ist das Wort, weil wir bereits schon in der letzten Predigt von Christus gesprochen haben und da wird das Wort proskomatos benutzt für Jesus Christus. Der wurde ein Stolperstein oder auch proskoma wurde benutzt. Sie können sich das noch einmal in den ersten Petrus Kapitel 2, die Verse 6 bis 8 anschauen und in Römer Kapitel 9, die Verse 30 bis 33. Aber Christus hat nie gesündigt, aber er war ein Stolperstein für Menschen. Hier wird das Wort gebraucht, aber Paulus sagt, okay, natürlich Christus hat es richtig gemacht, aber wir dürfen nicht ein Stolperstein werden für andere, dass die sündigen. Schauen Sie, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, den manche nicht begreifen. Die meinen, oh, jedes Anstoß geben ist sündhaft, ja, dann hätte Christus gesündigt von morgens bis abends, sozusagen. Das ist natürlich damit nicht gemeint. Es geht darum, wir sollen nicht gegen Gottes Wort sündigen und andere dazu bringen, gegen Gottes Wort zu sündigen, nicht aufgrund unserer eigenen Traditionen, Ideen, Philosophien, die wir da von der Welt heraus vielleicht noch in uns tragen und dann in die Kirche bringen wollen. Jakobus Kapitel 2. Auch hier wird der Unterschied deutlich zwischen Sünde und Nichtsünde und der Zusammenhang wird deutlich zwischen Anstoß geben und Sündigen. Jakobus Kapitel 2 und Vers 10, wo wir lesen. Und falls Sie es noch nicht gemerkt haben sollten, ich lese heute von der revidierten Luther Bild 2017 im Großen und Ganzen, aber da heißt es hier, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Es heißt hier sündigt, eigentlich richtig übersetzt, aber im Englischen wird das Wort Stolpern genommen. Wer in einem Punkt stolpert oder auch wie die Ausgereist-Version wiederum sagt, wer einem anderen Anstoß gibt oder in diesem Falle wer Gott Anstoß gibt, weil man sündigt in einem Punkt. Das griechische Wort hier ist P-T-A-I-O P-T-A-I-O und das bedeutet so viel wie Stolpern oder Fallen. Nun, das Gesetz, um das es hier geht, sind die zehn Gebote. Wenn Sie also in einem, in einer Vorschrift dieses Gesetzes, diesem Paket der zehn Gebote sündigen, fehlen, stolpern, fallen, dann sind Sie am ganzen Gesetz schuldig geworden, denn wenn Sie sagen wir einmal zwar nicht Ehe brechen, wie er hier sagt, aber oder sagen wir hier in diesem Falle sagt es hier, es wird gesagt, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten, Vers 11, wenn du nun nicht die Ehe brechst, okay, aber tötest, dann bist du gleichwohl ein Übertreter des Gesetzes. Und was ist Sünde? Die Übertretung des Gesetzes. Also, wenn Sie sagen wir einmal nicht die Ehe brechen, noch nicht einmal jemanden umbringen, noch nicht einmal stehlen, noch nicht einmal lügen, noch nicht einmal begehren, aber Sie brechen den Sabbat. sind Sie ein Übertreter des gesamten Gesetzes geworden. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, der Sünde sollt, ist der Tod, der ewige Tod, wenn er nicht bereut wird. Das ist das, was Jakobus sagt. Er sagt das Gleiche in Jakobus Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Nicht jeder von euch, meine Brüder, soll Lehrer werden. Oh, das ist etwas, darauf sollten einige achten. Die wollen immer gern Lehrer sein, die wollen gern andere belehren, die kommen, um andere belehren zu wollen, aber sie sind vielleicht nichts weiter als gräuliche Wölfe, Wölfe im Schafspelz, weil es das Paulus gesagt, er sagt, hütet euch vor denen. Es werden Leute aus euch selbst heraus aufstehen oder auch Leute von außen hereinkommen, um die Menschen zu verführen. Das sind gräuliche Wölfe. Achtet auf die. Schafft die aus eurer Mitte hinweg. Aber einige, die wollen gerne Lehrer sein, ohne dazu ordiniert worden zu sein. Was sagt Jakobus hier? Nicht jeder von euch, meine Brüder, soll Lehrer werden. Das ist etwas, was die Kirche, die Kirchenführung zu entscheiden hat, wer Lehrer werden soll oder nicht. Da wir doch wissen, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden, sie befinden sich dann in einer anderen Kategorie, wenn sie sich selbst dieses Amt anmaßen. Sie wollen jetzt ein Lehrer sein. Sie werden dafür verurteilt werden, wenn sie etwas lehren, was nicht der Wahrheit entspricht, was nicht der Lehre der Bibel entspricht, was nicht der Lehre der Kirche entspricht, die sich auf die Lehre der Bibel stürzt. Denn wir, sagt er hier, verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zorme halten. Verfehlen. Auch hier wiederum das gleiche Wort, P-T-A-I-O, auch hier, wir fallen, wir stolpern, wir gleiten am Ziel vorbei. Das ist das, was hier zum Ausdruck gebracht wird. Aber wir stolpern worüber? Wir nehmen Anstoß woran? An Gottes Gebot, an Gottes Gesetz. In dem Augenblick, wo wir sündigen, zeigen wir ja nun, irgendwo, wenn wir es aus vielleicht unbeabsichtigter Weise tun, da denkt man sich vielleicht das so konsequent nicht durch, aber gleichwohl, es geht darum, man stolpert über das Gesetz. Man in gewisser Weise nimmt daran Anstoß, weil man meint, man braucht es so vielleicht doch nicht zu halten. In Apostelgeschichte 24 finden wir wiederum die Worte des Paulus angefangen in Vers 12. Das ist das, was Paulus sagt vor dem Stadthalter Felix gibt er diese Rede. Apostelgeschichte 24, Vers 12 und sie haben mich weder im Tempel noch in den Synagogen noch in der Stadt dabei gefunden, wie ich mit jemandem gestritten oder einen Aufruhr im Volk gemacht hätte. Sie können dir auch nicht beweisen, wessen sie mich jetzt verklagen. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, nichts Neues unter der Sonne, damals wurde die neutestamentliche Kirche eine Sekte genannt, heute werden wir eine Sekte genannt, von Menschen, die sich einer großen Organisation angeschlossen haben, wo doch die Bibel sagt, die wahre Kirche Gottes ist eine kleine Hilde. Also auf Wiederum, das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch sie selbst haben, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Es werden hier mehrere Auferstehungen beschrieben, die Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben und dann hier wird die möglicherweise zweite oder dritte Auferstehung beschrieben, die Auferstehung zum Gericht. Es gibt ja das große weiße Throngericht, die zweite Auferstehung. Es gibt aber auch eine dritte Auferstehung. Die Auferstehung, die dann dazu führt, dass man in den vorigen See geworfen und dort verbrannt wird. Wiederum, Vers 15, ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch sie selbst haben, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Vers 16, Denn darin übe ich mich alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Ein unverletztes Gewissen. Auch hier wird genommen das griechische Wort Apros Kupos. Es geht um ein Gewissen ohne Anstoß gegenüber Gott und den Menschen. Mit anderen Worten, Paulus sagt hier, ich habe mich nicht an dem Gesetz Gottes vergangen, dass meine Liebe zu Gott und meine Liebe zum Nächsten reguliert. Die ersten vier der zehn Gebote beziehen sich auf meine Liebe zu Gott. Die letzten sechs auf meine Liebe zum Nächsten. Er sagt, ich bewahre mich davor, insoweit Anstoß zu geben, insoweit zu sündigen, insoweit mein Gewissen, was mich ja dann überzeugen würde, wenn ich sündigen würde, dass ich das verletze. Nun, das heißt nicht, dass er fehlerlos war. Er sagt ja selbst im Römerbrief, jetzt habe ich schon wieder etwas getan, was verkehrt war, aber er hat dann bereut und Gott hat die Sünde vergeben. Und er ist bemüht darum, nicht zu sündigen. Es geht nicht darum, dass er sagt, ich sündige mal wieder, dann kann ich ja zu Gott kommen, der kann mir dann ja Vergebung schenken, wenn ich dann in Anführungszeichen bereue. Schauen Sie, die Gnade Gottes ist kein Freibrief zur Sünde. Das hat Paulus klar und deutlich gemacht und das müssen auch wir begreifen. Aber hier wiederum, auch geht es hier darum, Anstoß geben auf Sünde. Und das ist das, was hier klar und deutlich angesprochen wird. 2. Korinther Kapitel 11 2. Korinther Kapitel 11 und Vers 29 Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wer wird zu Fall gebracht? Das griechische Wort hier wiederum skandalizo. Wer wird dazu gebracht, zu stolpern, zu fallen? Zu Fall gebracht? Keine schlechte Übersetzung. Einige haben mir vorgeworfen, ich kümmere mich nicht um die Geschwister unserer Kirche, sondern es geht nur darum, dass ich meine Autorität bewahre. Und das sind die Leute, die dann andere zu Fall bringen wollen, andere dazu bringen wollen, zu stolpern, andere dazu bringen wollen, gegen Gottes Gebote zu verstoßen, sich denen ein Gewissen zu machen. Und ich brenne nicht, sagt Paulus hier. Nein, es geht mir darum, dass ich eben gerade die Sorge habe für die Geschwister und verhindern will, dass die zu Fall gebracht werden durch solche, die sich in die Kirche eingeschlichen haben mögen, um dann ihre falschen Auffassungen zu vertreten. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Es sind jene, die ihre eigenen Ideen verbreiten wollen, die sich eigentlich nicht darum kümmern, ob jetzt die Geschwister sündigen oder nicht, die wollen ja ihre eigenen Ideen vertreten. Und dann brenne ich, wenn ich so etwas sehe, dann reagiere ich nicht mit sehr viel großartiger Freude. Nein, es geht darum, die Geschwister vor solchen falschen Einflüssen zu bewahren. Wenn Sie jemanden kennen, der andere dazu verleiten will, gegen Gottes Gebot sich zu verstoßen oder gegen das, was die Kirche lehrt, dann würde ich gerne davon erfahren. Die Predigerschaft ist meistens immer die letzte Instanz, die etwas von diesen Dingen erfährt. Aber das ist nicht richtig. Denn es geht uns darum, die Geschwister vor falschen Einflüssen zu bewahren. Schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 17 an. Die Phase 24 bis 27. Als sie nun nach Kapernaum kamen, da traten zu Petrus, die den Tempelgroschen einnahmen und sprachen, Ja, zahlt euer Meister nicht den Tempelgroschen. Er sprach, Ja. Und als er in das Haus kam, kam ihm Jesus zuvor und sprach, Was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige auf Erden, soll oder steuern, von ihren Kindern oder von den Fremden? Und da sprach zu ihm Petrus von den Fremden. Und Jesus sprach zu ihm, So sind die Kinder frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, gehe hin an das Meer und wirf die Angel aus und den ersten Fisch, der heraufkommt, den nimm. Und wenn du sein Maul aufmachst, wirst du ein Zweigroschenstück finden, das nimm und gib es ihnen für mich und für dich. Nun, was ist mit dieser Stelle anzufangen? Es geht offensichtlich hier nicht unbedingt um Sünde. Ich meine, Christus hat ja nicht gesagt hier, wenn wir jetzt diese Stempelsteuer geben würden, dann würden wir sündigen. Oder wenn wir sie nicht geben, dann sündigen wir nicht. Darum geht es hier nicht. Aber wie ist das zu verstehen? Wo es hier heißt, damit wir ihnen keinen Anstoß geben, auch hier wiederum das griechische Wort Skandalizo, damit wir sie nicht dazu bringen, zu stolpern. Aber jetzt stolpern, in welcher Weise? Geht es darum, dass hier diese Menschen ein schwaches Gewissen haben würden und dass jetzt Christus sagt, okay, weil die jetzt ein schwaches Gewissen haben, wir wollen ihr Gewissen nicht belasten, deswegen wollen wir lieber mal die Tempelsteuer zahlen. Es ging ja nicht um Gewissen. Das Gewissen war in keinster Weise hier das Subjekt der Situation. Zunächst einmal erklärt Christus Folgendes. Er war der Sohn Gottes und Gott ist der Besitzer, der Eigentümer des Tempels. Und von daher war Christus eigentlich in keinster Weise dazu aufgefordert, die Tempelsteuer zu zahlen. Darum ging es nämlich hier. Die Steuer, die für den Tempel erhoben wurde. Aber er sagt, damit wir die nicht irgendwo jetzt zum Anstoß bringen, dann machen wir mal dieses Wunder hier. Geh mal zum See und nimm diesen Fisch und dann kriegst du eine Münze und damit bezahlst du dann die Tempelsteuer für dich und für mich. In diesem Falle wollte er verhindern, dass es zu einer unnötigen Konfrontation kam, sodass man später ihn dann nicht irgendwo bezichtigen könnte, um zu sagen, ja, der zahlt ja die Steuern nicht. Ich meine, die Bezichtigung kam so oder so. Das war natürlich eine Falschaussage. Petrus hat ja klar und deutlich hier dann das getan, hat ja dann die Steuern bezahlt für Christus und für ihn selbst. Und Christus sagte ja selbst, zu denen, die zu ihm kamen und ihn zu versuchen, ja, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Er sagte, zeig mir mal die Münze. Was seht ihr da? Ja, das Bild ist Cäsar. Okay, dann gebt dem Cäsar, was des Cäsars ist. Mit anderen Worten, Steuern. Aber gebt Gott, was Gottes ist. Mit anderen Worten, den Zehnten. Also er hat das klar und deutlich gemacht. Es ging hier noch nicht einmal um die Steuern, die von Cäsar erhoben worden sind. Es ging hier um diese Tempelsteuer des Tempels. Aber gleichwohl wollte er hier eine unnötige Konfrontation vermeiden. Aber noch etwas weiteres ist hier klarzustellen. Und da hat es schon etwas mit Sünde zu tun. Denn der Petrus, der hatte ja bereits schon gesagt, ja, mein Meister zahlt die Tempelsteuer. Die haben ihn ja gefragt, zahlt dein Meister die Tempelsteuer? Er sagte ja. So, jetzt wollte Christus in keinster Weise den Petrus als Lügner darstellen lassen. Der hatte das jetzt gesagt, vielleicht vorheilig, ich weiß es nicht. In jedem Falle wollte er, wollte Christus zusehen, dass Petrus jetzt die Wahrheit gesprochen hatte. Und deswegen hat er auch auf diese Weise reagiert. Wir lesen auch in Apostelgeschichte, Kapitel 16 und Vers 1, dass Paulus den Timotheus beschnitt. Nun, Paulus hatte sehr viel dazu zu sagen gehabt, dass Beschneidung nicht mehr notwendig war. Es gab ja diese riesige Demonstrationen, Diskussionen, dieses Hin und Her mit der Beschneidung. Und da kam es jetzt zu diesem Konzil in Jerusalem, wo das klar und deutlich dargestellt wurde. Beschneidung ist nicht mehr notwendig, diese physische Beschneidung. Wir sind geistlich beschnitten, wenn wir den Heiligen Geist erhalten, aber die physische Beschneidung ist nicht mehr notwendig. Und gleichwohl hier in Apostelgeschichte 16 und Vers 1 lesen wir, er kam aber nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Ergo, der war nicht beschnitten, weil der Vater Grieche war. Und der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und die Koningen, Vers 3, und diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Er wollte ihn also benutzen und er sagte sich, okay, wenn ich ihn nicht beschneide, würde er vielleicht nicht ein solches Werkzeug sein können, was er sonst den Juden gegenüber sein würde. Es war keine Sünde, die Beschneidung vorzunehmen in diesem Falle und deswegen, um diese Konfrontationen zu vermeiden, hat Paulus es getan. Aber er hat es nicht getan im Hinblick auf Titus und das ist wichtig, auch zu begreifen, Galater Kapitel 2, denn hier wäre es jetzt um Sünde gegangen und Paulus hätte gesagt, nein, in dem Falle nicht. Galater Kapitel 2 und in Vers 3. Aber selbst Titus, der bei mir war in Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Vers 4. Es hatten sich aber einige falsche Brüder eingedrängt und eingeschlichen, um auszukundschaften unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben und uns so zu knechten und denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Schauen Sie, hier war eine andere Situation. Hier ging es darum, dass die hereinkamen und sagten, der muss beschnitten werden, denn Beschneidung ist notwendig für das Heil. Und Paulus sagte, nein, in dem Falle nicht. Soll es zu einer Konfrontation kommen. Ich werde nicht der, deren ihr schwaches Gewissen jetzt tolerieren und sagen, okay, weil die jetzt ein schwaches Gewissen haben, beschneide ich hier den Titus. Keineswegs. Schauen Sie, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Er wusste, dass er hier mit Anstoß erregen würde, diesen Brüdern gegenüber, die nach wie vor auf der Beschneidung bestanden und Paulus sagte, nein, ich muss auf die Wahrheit des Evangeliums blicken. Ich muss auf das blicken, was Gott in seinem Wort uns sagt. Nun, in Galate Kapitel 5 und in Vers 2 sagt er sogar noch mehr. Er sagt, siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, mit anderen Worten, die Idee habt, nach wie vor die Idee habt, man muss sich beschneiden lassen, um das Heil erlangen zu können, so wird euch Christus nichts nützen. Dann ist Christus für euch umsonst gestorben. So wichtig war Paulus dies, um das deutlich zu machen. Er hat in keinster Weise dem nachgegeben. Und so lesen wir auch viele, viele Stellen, die sich auf andere Fragen beziehen, die hin und wieder kommen. Und dann wird den Predigern vielleicht Autorität vorgeworfen und dass sie sich nicht auf die Belange der Geschwister einlassen. Schauen wir uns einmal an im 2. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 23. Schauen Sie, das ist nicht das, worum es geht, wenn es um Anstoß geben geht. 2. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 23. Da sagt er Paulus dem Timotheus. Die törichten und ungezogenen Fragen weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Sagt hier die törichten und ungezogenen Fragen. Andere Übersetzungen haben hier, die törichten und unnützen Fragen weise ab, da sie nur Streit erzeugen. Törichte, unnütze Fragen, wenn etwas zum Beispiel klargestellt ist in Gottes Kirche, wenn eine Lehre klar ist, dann sind das törichte und unnütze Fragen, wenn die gestellt werden, um die Lehre zu hinterfragen. Als ob wir in keinster Weise gewisse Prinzipien kennen oder Bibelstudien kennen und uns auf das jetzt verlassen müssen, was jemand, der noch nicht einmal den Heiligen Geist hat, sagen wir einmal, der uns da jetzt schreibt, was der erkannt haben will, ob wir das noch nicht erkannt hätten. In 2. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 14. Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, die zu nichts nütze oder was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Schauen Sie auch hier wieder rum. Es geht darum, dass man die Gewissen nicht verwirren soll. Da kommt jemand daher mit Ideen, die nicht dem entsprechen, was die Kirche lehrt, die ja nun auch mit Autorität sprechen kann und darf. Was sagt denn Christus zu Petrus und was sagt er zu den anderen Aposteln? Was sagt er dann zu den Predigern heute, den wahren Predigern? Was ihr auf Erden bindet, ist dem Himmel gebunden. Ich meine, bedeutet die Stelle irgendetwas für sie oder nicht? Ich möchte einmal hier die Hoffnung für alle nehmen und ein wenig aus 2. Timotheus 2 vorlesen, angefangen in Vers 14 und hören Sie sich einmal genau an, wie die das hier bringen. Vers 14 An dieses Bekenntnis sollst du alle immer wieder erinnern. Ermahne sie vor Gott eindringlich, dass sie endlich mit diesen sinnlosen Streitereien um Worte aufhören, was keinem nützt, sondern bloß diejenigen durcheinander bringt, die zuhören. Vers 16 Beteilige dich nicht an dem heillosen, leeren Geschwätz gewisser Leute, sie entfernen sich dadurch nur immer weiter von Gott, wie ein todbringendes Krebsgeschwür breitet sich ihre falsche Lehre aus. Dann in Vers 21 Wer sich von diesen Schwätzern fernhält, der wird wie eins der edlen Gefäße sein, rein und wertvoll, nützlich für den Hausherrn, geeignet für alles, was gut ist. Vers 23 Lass dich nicht auf törichte und nutzlose Auseinandersetzungen ein, du weißt ja, dass sie nur zu Streit führen. Kapitel 3 Vers 1 Das eine sollst du noch wissen. In diesen letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben und sie werden überheblich und anmaßend sein. Vers 3 Sie verleumden ihre Mitmenschen. Vers 5 Nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Das sind ernstzunehmende, Warnungen. Wenn man das nicht tut, dann sündigt man gegen Gott. Dann nimmt man Anstoß an seinem Gebot, an dem, was Paulus sagt. Und dann sagt Christus, dann wäre es besser für euch, ihr würdet einen Mühlstein um euren Hals geschlungen bekommen und ihr würdet dann ins Meer versenkt werden, wo es am tiefsten ist. Noch eine Stelle zum Schluss in 1. Korinther Kapitel 1 und Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet einander fest in einem Sinn und in einer Meinung und lehnt jene ab, die zu euch kommen, um Spaltungen erzeugen zu wollen. Ich habe heute darüber gesprochen, was es bedeutet, Anstoß zu geben, nachdem ich in der letzten Predigt davon gesprochen hatte, was es bedeutet, Anstoß zu geben. Mit anderen Worten, Christus gab Anstoß, aber er tat es auf richtige Weise und es war nicht sündhaft dabei. Wir müssen für die Wahrheit eintreten und wir werden verhindern, soweit wir es können, dass die Wahrheit, und ich spreche jetzt von der Wahrheit Gottes, verdreht wird. Nun, wir werden es nicht perfekt machen können, aber Gott wird zusehen, dass zu seiner Zeit alles ans Licht kommt. In der nächsten Predigt werde ich dann auf die verbleibende Frage eingehen, wie wir uns verhalten sollen, wenn das schwache Gewissen eines Bruders oder einer Schwester im Glauben geprüft wird. Und das ist ja das, worum wir uns noch wenden müssen. Es ist das, was Paolo sagt im Römerbrief, auch in den Korinther Kapiteln, ersten Korintherbrief. Das ist wichtig, dass wir dies begreifen, denn auch da gibt es viele, viele Missverständnisse. Und wir werden auch Folgendes noch tun, und das ist auch wichtig zu begreifen. Wir werden uns mal die Konsequenzen anschauen, an vielen Fallgestaltungen uns orientieren und sehen, was das für Konsequenzen wären, wenn jene, die sagen, wir müssten uns in jedem Falle nach dem schwachen Gewissen eines anderen richten, und dann dürften wir nicht mehr das tun, was wir tun, weil jemand ja nun aufgrund seines schwachen Gewissens daran Anstoß nimmt. Wir würden uns einmal anschauen, was das bedeuten würde für die Wahrheit der Bibel. Und das ist wichtig zu begreifen. Und wir sollen nicht vorschnell urteilen. Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet, wie es heißt. Und richtet ein gerechtes Gericht. Und schaut nicht auf das, was vor Augen ist, was eure Augen sehen mögen, was eure Ohren hören mögen, sondern richtet gerecht. Die Pharisäer haben niemals gerecht gerichtet. Die wurden immer zu solchen, die an allem Anstoß nahmen, sich über alles geärgert haben, was nicht dem entsprach, was sie sich so vorgestellt haben. Wir dürfen nicht so sein. Wir dürfen auf diese Weise nicht leben. Denn wenn wir es tun, dann sind wir diejenigen, die an Gottes Gesetz Anstoß nehmen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Einer Betling für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Vertraue und glaube, das Herz hat eine oder andere rein. des ewigen Gottes, dacht dich, dass wir uns in der Kirche den Kirche aufhören. Und in die Kirche des ewigen Gottes, des weiteres üggen. die Kirche die Kirche des beurte. das